Srichti heißt Schöpfung, Entstehen, Schaffung. Srichti heißt, etwas aus einem potenziellen Zustand in einen manifesten Zustand zu bringen. Srichti ist insbesondere die Fähigkeit von Brahma. Brahma ist der Schöpfer. Und der Schöpfer hat die Srichti Shakti, die Kraft der Schöpfung. Srichti, also die Schöpfung und der Prozess des Schöpfens, der Prozess der Entstehung der Welt aus dem Keimzustand zum manifesten Zustand. Das ist Srichti. Srichti, der Aspekt von Brahma, dem Schöpfer.